Ja Leute, es wurde mal langsam zweit, dass ich mal wieder Notarzt bin. Und dann mit dem Montag und dem Tag kommt eine weitere Folge, nämlich Notruf Hamburg. Heute sind wir als Notarzt unterwegs. Die erste Schicht war ja klasse. Und wenn ihr jetzt fragt, hä, hast du jetzt keinen Einsatz oder so? Ja, ich bin erstmal neu auf den Zauber gekommen. Ihr kennt mich nicht. Lasst gerne ein Lack, ein Abo und ein Kommentar, so würde ich mich sehr freuen. Für mehr Notruf Hamburg. Und da hat sich schon die Frage geklärt. Oh, Entschuldigung. Zack. Wir haben einen neuen Einsatz. Schnell. Ich muss mal mehr, ähm... Jawohl. Dein Ernst? Dein Ernst? Also... Hä? Warum bin ich jetzt extra hierher gefahren? Jetzt möchte ich eine Entschuldigung von 100 Euro haben. 100.000. Alter. Wer war das? Digga, hast du irgendwie... Juri... Hast du irgendwie drohen genommen? Ich war jetzt... Digga. Die haben doch alle heute was genommen. Ich weiß nicht, was ist mit euch falsch, ja? Ich spreche aber nicht die langen Sprache. Nö, also hier ist schon mal keiner, geil. Ich habe gar nicht, gar nicht im Funk gesprungen. Ist jemand Einsatzleiter? Ne. Ja, aber da müssen Feuerwehren. Is to see me? Ich dachte, du wärst Nullass. Ey, wie dumm kann man sein überhaupt, ja? Wir haben acht Polizisten auf diesem... Server. Der Schreiber von Ne. Ey, Digga. Falsch. Mit falsch. Du kannst dich mal entscheiden. Okay. Lüftel, bitte. Ja. Danke. Prozilfe. Kann man nicht. Ach, typisch. Mein Gerät ist heiß. Na, geil. Na, was ihr hier denkt, ist falsch. Ähm. Was holt denn die jetzt aber? Also ich glaube, ich will nicht, äh... Mein Handy ist richtig heiß. Also ich meine natürlich, die Temperatur ist heiß. Ja, warum er weiß es, die mir alles erinnert. Ich glaube, ich krieg noch nichts zu schlag. Aber du kannst keinen Hinterschlag bekommen. Nein, doch kann nicht. Kann ich. Das sagt immer die Bessere, so. Aber selber krank werden, ja? Hm. Sorry. Hä? Der ist schon fertig. Ich war nur mal zwei Sekunden. Äh, zwei Sekunden. Zwei Minuten weg. Oh Gott. Ähm. Ich muss eigentlich heute gar nichts machen. Ja? Ja. 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 Und wenn ich als Idiot da, ich best nicht gegeben habe, aber so will. Habt ihr das gerade gesehen? Ich springe heute alle ohne was. Ähm, darf ich ihnen heilen? So. Braucht ihr noch eine Heilung? Vielleicht ist er hier im Söhn. Digga! Den auch. Ja, das ist schon mal was. Dazu sage ich schon mal nichts. Mach ich gleich schon. Was mache ich überhaupt? Dann lass ich irgendwie schneiden. Ich mag es immer so. Hey! Digga, ich bin... Hat der irgendwie... Hat der Tomaten auf den Augen? Halt ich den schon? Na, ein Feuerbücher. Oh, äh. Also seid ihr dumm? Ich glaube, die spielen erst noch... Jaja, jetzt komme ich gar nicht mehr hier! Ach doch. Mit Rick. Ist das überhaupt meins? Nein, das ist nicht meins. Was? Also was ist mit heute den allen falsch? Ich sagte mal schon mal gar nichts, warum hier Schießerei sind. Ihr müsst den fragen, wie ihr wirklich sich gegeneinander... Die... Digga, hab die in die... Die beiden fragen sich auch. Die beiden fragen sich auch, hä? Seid ihr heute alle dumm? Ich spreche nicht deine Sprache! Deutsch, bitte! Ey, ich bin nicht in einen Server gelandet. Ich nehme alles hier zurück. Digga! Ja, alles klar, macht euch... Oh Gott! Ja, okay! Ihr macht doch gleich! Das Problem, ich hab noch drei. Wollen wir es riskieren? Ja, komm. Wir können immer noch da gehen. Was? Ja, mach doch gleich hier daraus was. Es kommt gleich ein Vierter. Ich glaube, das ist ein Crimer, der... so viel Crime ist. Please! Ich hab Vorfahrt! What the fish? What the fish? Aber der eine ist auch weg. So, that's smart! Oh, ich hab mal den Kollegen jetzt mal gemalt. Ja? So, jetzt müssen wir mal woanders fahren. Und dann ist es wie hier die Stelle. Ja, meine sind schon zwei oder drei schon drauf gegangen. Ich hab nur noch zwei. Ja, Alter, das leckt gerade sowas von häcklich. Das ist sowas von häcklich. Das ist sowas am Arsch, oder was? Das ist sowas für die solche instabile wirklich Grafik, aber das ist ja komplett los. Ja, es gibt nur noch drei. Alles ist... What the fish? Alter, was ist denn hier los? Ist der andere auch tot? Ähm... Ich gehöre nie hier. Oha! Ja, okay, mach klackig. Ja, okay, mach doch gleich. Ja, okay, mach doch gleich. Ja, okay, mach doch gleich! Ja, okay, mach doch gleich! digga falsch digga was ist mit euch falsch kann ich digga ich kann nicht was machen wenn ihr euch ich kann nicht mal was machen weg hier weg sonst kann ich den hier heilen weg kann sein weil die immer sich im wege hier immer kann ja nicht mal heilen junge das geht nach meinen spiel aber wenn die immer sich da ich hasse es am meisten aber typisch die sind sie wollen alle die haben würde ich will auch für es haben ist aber nicht der muss ja auch in die quallen gehen zwischen außerdem ist der zubere am lecken also bei zwölf politisten müssen mich auch mal fragen was ich soll ich gehe gleich auf einen anderen zauber das geht soweit ich tüß mir was ist denn hier los gemäß zwei kommen zu gut ich tüß mir 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 Oh, neuer Einsatz! Hä? War das mein... Ich spiele zwar jetzt auch Notofarmok... Sorry, ich... Ich will mal ein bisschen mehr verdienen! Ja, sorry. Oh! Hä? Ist nicht mal quälen! Digga, falsch! Gut. Well... ... Vielen Dank. Also, ey, wie dumm kann man sein? Vielen Dank. Also. 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 So. So. So.